Hallo liebe Leute, ich bin's Andreas Küppers und habe heute Verstärkung mitgebracht, oder bin besser gesagt zu Besuch bei der Carina. Sie ist Poledance-Trainerin und während ihr mich meistens nur im Radio hört, wenn ich die Fußballspiele übertrage, geht es jetzt darum, mal zu checken, wie sportlich bin ich eigentlich. Okay, ich bin sehr gespannt. Also ich habe ja auch schon ein bisschen Vorwissen, was jetzt generell Tanz und Turnen angeht. An der Sporthochschule habe ich studiert und habe da so ein paar Kurse auch mitgemacht, Geräteturnen. Was kann ich mit dem Wissen, was ich da erlangt habe, hier anfangen? Ich denke relativ viel. Also die Balletttänzerinnen, die ich bisher unterrichtet habe, die hatten immer einen Vorteil. Bei Ballett habe ich bisher noch nicht so viel gemacht. Schaff ich den. Dann nach vorne fallen lassen. Die Hüfte wesentlich mehr nach vorne drücken. Die große Herausforderung ist, denke ich mal, die Körperspannung so lange zu halten. Es ist ein Zusammenspiel aus Kraft und Eleganz. Aber ich denke mal, du schaffst das schon. Ja gut, Kraft und Eleganz sind natürlich zwei Attribute. Ich glaube, besser könnte man mich nicht beschreiben, oder? Das muss wirklich los, ob ich so halten kann. Nee, gleich, gleich, gleich. Hier, Robin. Ja, genau. Und dann halten? Und dann halten. An der Stange vorbei. An der Stange vorbei. An der Stange vorbei. An der Stange vorbei. An der Stange. Halt. Boah. Ja, meine Eltern haben es mir schon als kleines Kind vorgeworfen. Große Fresse, nichts dahinter. Und ich muss ganz demütig eingestehen, nach einer Stunde Poldance bin ich komplett am Arsch. Ich kann überhaupt nicht mehr. Ich habe morgen wahrscheinlich Muskelkater bis zum Gehtnichtmehr. Hinter mir sieht man die Carina, meine Trainerin, die macht das mit links und schwingt sich hier um die Stange, als wäre es nichts. Für mich war es echt zu viel. Ich habe mich durchgebissen, zumindest versucht, alles gegeben. Aber ja, heute bin ich an meine Grenzen gestoßen und ich gehe ganz demütig nach Hause und sage, von dieser Choreografie bin ich noch meilenweit entfernt. Musik Musik Amen.